Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, RohstoffTV heute für Sie mit einer neuen Unternehmensvorstellung von Aztec Minerals. Aztec Minerals ist ein Explorationsunternehmen und an der TSX Venture unter dem Symbol AZT notiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Entdeckung großer polymetallischer Mineralvorkommen in Nordamerika wie dem Porfür-Gold-Kupfer-Vorkommen Cervantes in Sonoran, Mexiko und dem TomStone-Projekt, einem epithermalen Gold, Silber und CRD, Silber-Gold-Bleitzink-Projekt in Arizona in den USA. Das Unternehmen nennt dies Elefantenjagd in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen. Warum dieser Begriff? Nun relativ einfach. Große Bergbauunternehmen benötigen neue große Erzvorkommen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Aber sie verlassen sich immer mehr auf M&A, also sprich Zukauf von Unternehmen, statt auf Exploration zu setzen und um Reserven und ihre Jahresproduktion zu ersetzen. Juniorunternehmen dominieren mittlerweile den Explorationssektor und haben die Expertise, um neue Entdeckungen zu machen vor allen Dingen. Große Unternehmen zahlen Prämien, um erfolgreiche Junior-Explorationsunternehmen zu erwerben, wodurch maximale Aktionärswerte geschaffen werden. Bevor wir einen Blick auf die Projekte werfen, möchte ich auf die Kapitalstruktur eingehen. Das Unternehmen hat nur 41 Millionen ausstehende Aktien und 54,6 Millionen Stück vollverwässert. Insider halten 12 Prozent und sehr interessant für mich ist natürlich, dass Cur-Mining 5 Prozent hält. Hinzu kommen 20 Prozent, die engen Aktionären zuzurechnen sind, was insgesamt 37 Prozent starke Hände, sprich starke Aktionäre ausmacht. Die Barmittel sind zwar gering, aber ich denke, dass das Unternehmen in diesem aufstrebenden Marktumfeld sich problemlos finanzieren kann. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 15 Millionen kanadischen Dollar bei einem aktuellen Aktienkurs von 37 kanadischen Cents. Werfen wir zunächst einen Blick auf Tomstone im Südosten Arizonas. Etwa 100 Kilometer südöstlich von Tewson, im Herzen eines Parfyr-Kupferbezirks von Weltklasse, nur 65 Kilometer nordöstlich der massiven Zinkbleikupfersilberentdeckung Taylor. Dies ist wichtig, da Tomstone das nächstgelegene historische Silberrevier mit Taylor-Potenzial ist. Es war Arizona Mining, das den kleinen historischen Silberbezirk Hermosa erwarb, die massive Taylor-Lagerstätte unterhalb und jenseits flacher Bleitzinksilberadern entdeckte und schließlich für sage und schreibe 1,8 Milliarden Dollar von South32 aufgekauft wurde. Tomstone ist ein gut gelegenes Vorkommen auf patentiertem Land mit 164 Hektar Größe. Es verfügt über eine großartige Infrastruktur, Straßenzugang, umfassende Serviceunternehmen vor Ort, Wasser und Strom. Also hier alles schon mal abgehakt. Dieser historische Silberbezirk produzierte von 1878 bis 1939 rund 32 Millionen Unzen Silber. Das wichtigste hochgradige Ziel sind Carbonat-Ersatzvorkommen, sogenannte CRDs mit großen Tonnagen und der Taylor-Entdeckung sehr ähnlich sind, die nur 60 Kilometer südwestlich von Tomstone entfernt liegt und deutliche magnetische Anomalien aufweist, die mehrere Zielgebiete bestätigen. Im historischen Tagebau von Contention wurde eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung abgebaut und Bohrungen rund um die Grube ergaben Schnittpunkte mit einem Gehalt von bis zu 1,61 Gramm Gold und 91 Gramm Silber pro Tonne auf 44 Metern. Die historischen Tiefenbohrungen für die sogenannte CRD-Mineralisierung Ende der 80er Jahre ergaben mehrere Abschnitte mit einem Gehalt von bis zu 32 Gramm Silber, 0,61 Prozent Kupfer, 6,5 Prozent Blei und 2,6 Prozent Zink pro Tonne auf einer Kernlänge von 7,2 Metern. Die jüngste hochgradige Probenentnahme in der Contention-Grube ergab Gehalte von bis zu 3.178 Gramm Silber und 23,5 Gramm Gold pro Tonne und, ganz wichtig, ist entlang des Streichs offen. Die nächsten Schritte sind die Interpretation der CSAMT-Untersuchung, um den spezifischen Widerstand auf 1.000 bis 1.200 Meter zu kartieren und nach Anomalien mit höherer Leitfähigkeit bzw. geringerem spezifischen Widerstand zu suchen, die Massivsulfid-Ersatzmantos im Tailor-Stil unterhalb der historischen Minen darstellen könnten. Aztek plant auch ein erstes Bohrprogramm mit zwei Komponenten und lässt sich dies gerade genehmigen. Als erstes sollen Reverse Circulation Bohrungen als sogenannte RC-Bohrungen zur Erkundung einer oberflächennahen epithermalen Gold-Silber-Mineralisierung und zweitens einige Kernbohrungen zur Erkundung von Carbonat-Ersatzlagerstellen, sprich die angesprochenen CRDs, für eine Bleizink-Silber-Kupfer-Gold-Mineralisierung durchgeführt werden. Gehen wir nun nach Mexiko auf das Projekt Cervantes. Im Bundesstaat Sonora hat 60 Kilometer westlich der Goldmine Mulatos von Alamosgold und nur 50 Kilometer westlich der Goldmine La India von Agnico Edel. Das topgelegene Grundstück ist 3.649 Hektar groß und verfügt über einen guten Straßenzugang, befindet sich auf Privatland und verfügt ganz wichtig auch hier über Wasserbrunnen und Stromnetz. Es besitzt mehrere aussichtsreiche mineralisierte Zonen entlang eines sechs Kilometer langen Korridors. Die starken geochemischen Bodenanomalien im Zielgebiet California belaufen sich bisher auf durchschnittlich 0,44 Gramm Gold pro Tonne in einer Größe von 900 Meter mal 600 Metern. Die ausgedehnte Goldmineralisierung in Aufschlüssen zeigte Schlitzproben mit 0,47 Gramm Gold pro Tonne auf 222 Meter und einige überzeugende Bohrergebnisse wie 0,77 Gramm Gold pro Tonne auf 160 Meter breite oder 0,71 Gramm Gold pro Tonne auf 139 Meter. Die Mineralisierung bleibt offen. Aztec zeigte ausgezeichnete Goldlaugungsausbringungen aus metallurgischen Tests aus Bohrkernen von California mit einer Spanne von 75 bis 87 Prozent und das Ziel ist seitlich und in der Tiefe weit offen, wobei sich die IP-Anomalien verstärken und bis in eine Tiefe von 500 Meter verbreitern. Das Hauptziel aus Gold-Kupfer-Sulfid muss noch gebohrt werden und weitere Vorkommen sind bereit für Bohrungen. Die nächsten Schritte sind nun Abschluss eines Joint-Venture-Abkommens mit Coutanay-Silver und Erweiterung der Oberflächenkartierung und Probenentnahme auf den neuen Goldzielen. Ferner eine Evaluierung eines möglichen Joint-Ventures mit einem großen Bergbauunternehmen und oder die Finanzierung der Bohrungen auf den Hauptzielen durch das Unternehmen selbst und die Weiterführung mit hoher Geschwindigkeit. Die Bohrungen sollen mit einem RC-Programm durchgeführt werden, um das Ziel California seitlich und in die Tiefe zu erweitern und drei zusätzliche Goldziele mit hoher Priorität zu bewerten. Nach der Durchführung in diesem Jahr ist das Unternehmen für eine Neuausrichtung bereit und ich kann mir vorstellen, dass einige der großen Unternehmen ein Auge auf diese haben werden. Schauen Sie Unternehmen einfach mal an. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.